Der VfB Stuttgart und Mainz 05 trennen sich 1 zu 1 und das ist das einzige Unentschieden in der heutigen Konferenz gewesen. Es war, sagen wir mal, ein ausgeglichenes Spiel, ein bisschen mit Ballvorteilen für die Stuttgarter, die ja auch in Führung gegangen sind in der 36. Minute durch Girassi. War schön rausgespielt, ein schönes Tor und die Mainzer wieder in Zugzwang in Stuttgart, braucht ja jeden Punkt, das muss man ganz klar sagen. Die spielen um den Abstieg und das wissen sie auch und Bruno Labbadia ist ja wieder zurück, der soll das ganze Jahr jetzt so ein bisschen als Trainer wieder rausreißen für die Stuttgarter. Mainz allerdings kam dann zurück, vier Minuten später durch einen Elfmeter, den man auf jeden Fall geben kann und Ingwardsen hat diesen auch sicher verwandelt zum 1 zu 1. Am Ende muss man leider sagen, dass dieses 1 zu 1 beiden nicht wirklich weiterhilft. Mainz bleibt im oberen Mittelfeld, sage ich mal und Stuttgart, gut, die schieben sich jetzt an der Herder vorbei, sind jetzt 16. und nicht mehr 17. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch, man braucht ein paar Punkte mehr, um da unten rauszukommen und die wollen auf gar keinen Fall wieder in die zweite Liga absteigen. Und Mainz hat natürlich noch ein bisschen Boden, ein bisschen Vorsprung, was das Ganze angeht. Aber Stuttgart, wie gesagt, braucht jeden Punkt und dass man dann heute nur 1 zu 1 spielt gegen Mainz, ist natürlich bitter, auch weil es kämpferisch und leidenschaftlich sehr, sehr gut war. Aber es sind noch viele Spiele zu spielen und am Ende wird abgerechnet. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao. So.